da bin ich wieder und ja wir haben sind auf dem nächsten teil unserer reise tatsächlich haben wir hier wilde hunde level 1 what the hell what the hell warum habe ich es ist ein witz wow dürfte ich erwähnen dass das ziemlich mies war gerade es war wirklich echt mies noch viel komischer ist dass mein bildschirm teilweise wenn man das bild teilweise recht unrund aussieht obwohl ich mit 60 fps spiele aber eigentlich nur mit 30 aufnehmen weil das sollte ja nicht das problem sein sich trotzdem teilweise doch recht ruckelig aus auch wenn es nicht zu sein scheint so gut dann warte mal habe ich das an was ich anhaben wollte haben sie teilweise komische sachen mehr angezogen gehabt ok das ist ja noch mehr geworden ja auch stimmt wir haben eins weiter freigeschaltet mutagen sein intensity warum nicht du mal eins da rein probleme vielleicht kann ich die ja irgendwie noch verbinden ich habe keine ahnung jetzt habe ich einmal blau einmal links und zwei hier wobei ich denke mal dass das die bessere kombination ist später kann ich dann aufteilen in einmal rot einmal blau einmal braun und dann eventuell noch mal rot weil ich ja der kämpfer bin ich denke kaum dass ich grün über mäßiges haben werde dann nehme ich mir mal alle missionen hier mit ich weiß nicht ich weiß nicht wie das ist ob dann alle angezeigt werden oder nicht was ist cross bodies of water ok ich kann boote ok ich kann die boote benutzen um hier herumzufahren das ist schon mal nicht verkehrt wenn man zum beispiel kein fast travel hat oder sowas gut warum nicht gehen gehen wir erstmal an unser ziel wir haben ja jetzt oh moment wir haben jetzt noch einen punkt den wir vergeben können zum glück kann man da fünf punkte investieren da man ja wesentlich mehr punkte bekommt als freie plätze die man da tatsächlich hat ich werde eh noch mal hier in die stadt kommen und dann rede ich mit allen noch mal in at the crossroads Alles ist was ist versuch strich hier wo 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 Oh, what do you want? Rejoice, for even a creature as depraved and base in nature as you can serve the glory of the eternal fire. Someone must see to the corpses on the battlefield. Necrophages defile those not already rotting in mass graves. This is not right. That's to be my good deed for the day. Handsomely profitable one, I might add. I know your kind don't work for free. Alright, I'll take care of it. This will count amongst your merits. The more good one works in life, the more hallowed things are. Yes, splendid. Here are the holy oils. Dash generously and set a light, understood? I wish it to flare up to the sky. For the glory of the eternal fire and all that. Once I've incinerated the bodies, where will I find you? Well, I shall be near the bridge to Novigrad. Cool. Okay. Ok. Ok. hat gesagt which approach das heißt ich soll an den rand treten in wild dog da ist noch einer okay das sind die die explodieren okay gut dann weiß ich das jetzt auch junge junge damit hätte ich nicht gerechnet dass die explodierenden so heftig sind ich meine ich muss zugeben so viel leben hatte ich tatsächlich auch nicht mehr aber damit aber gut dann kann ich von anfang an manches korrigieren was falsch war keine waffe zu haben ist natürlich echt ohne waffe ist schon ziemliche herausforderung das lief doch schon besser gut dann auf in die stadt vielleicht nicht der beste eindruck wenn ich damit gezogener axt durch die gegend reite ich meine wird ja ist erstmal als schwertkämpfer bekannt und zweitens okay geht auch noch was hat ich gar nicht mehr ja wahrscheinlich muss ich da vielleicht auch was lesen ich weiß nicht kann ich das nicht okay dann war hier irgendwo die fische haben ein pferd umgebracht oder die shit nein für dich brauche ich das silberschwerd okay kannst du mal aufhören okay nicht besser als das letzte mal problem war halt jetzt ja gut dass ich den schon parat habe okay mehr hunde da sind noch zwei was auch immer vermutlich auch hunde nein die sehen sehr blau aus hmm hmm unbind me before the next ones come when they come i'll tend to them meanwhile that's you and me chat like to know who i'm untying john john verden served in the 10th maribald division long way from your army the army don't exist no more black one smashed it to bits i scarped off into the woods just for that happened join a group of refugees fucking bursting with patriotism they were soon as they learned i'd abandoned temeria in her hour of need they beat me down tied me up like a turkey left me to the drowners hmm fine i'll help oh thanks for a minute there i was almost sure you'd lead me to die warum sollte man jemand zum sterben da lassen man sieht sich immer zweimal am leben sagt man doch so schön ja ich habe etwas fallen lassen naja ist ja gut dass ich was sagt die map eigentlich warum muss ich lang hier oben lang ich reite mal außen rum rum sicher ist sicher sicher ist sicher ok droner wollen wir mal sehen wo 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 oh shit habe ich wo zwischendurch ich glaube nicht ich glaube nicht auch wenn ich nur den gerettet habe mal denkt noch bin ich nicht unbesiegbar das muss ich mir immer merken das ist doch mal eine nette geste vom spiel nach abgeschlossene mission zu speichern hier und hier hier noch hier 4 ok gut ich muss auch zugeben ich habe ein bisschen wenig leben das dachte ich mir schon vier von den Mistkerlen ist echt übel ich weiß nicht ob ich mal die Rune noch verstärken kann irgendwie die Reichweite wäre auf jeden Fall noch mal so eine Sache wo ich sage die müsste man verstärken kümmern wir uns mal darum dass wir hier ein bisschen was an Zutaten haben hier auch wichtig Moment normalerweise müsste ich Pflanzen kann ich mit Doppel E looten macht es einfacher als zu kontrollieren dass man nicht springt das gefällt dir natürlich gar nicht hat ja shit Das sind drei. Das ist natürlich... 50 Vitality. Das ist nicht schlecht. Aber man muss natürlich... Hm... Ha-ha-ha-ha-ha-ha... Wenn... Wenn brauche ich das Ding. Kriege ein 15er Bonus. Das sollte auf jeden Fall helfen. Ich habe wieder halbes Leben. Shit! Ich müsste dem ersten Angriff von denen ausweichen. Irgendeiner ist noch verschwunden. Ich bin ziemlich sicher. Das waren nicht alle. Ich habe mindestens einen mehr gesehen gehabt. Aber... Würde mich nicht beschweren. Sind... So... Wie ist das denn? Ja... Es gibt noch ein paar steeper... Ich hoffe, dass du mal kurz kommt. Ist das mal überhaupt nicht geschützt? U. Ist das überhaupt nicht so... Als ich hier nicht die Dauer fühle... Was ist eigentlich nicht? Das ist ein Vergewicht.